Hallo zusammen, ich bin Miro vom Sports Performance Fitness 24 in Regensdorf. Ein weiteres Produkt aus unserem Online-Store. Das ist der Booster C4. Es gibt zwei verschiedene Arten von C4. Ein Original, für die Leute empfehlenswert, die noch nie mit einem Booster zusammengearbeitet haben. Lange das vorig oder halt die, die schon mal einen Booster hatten. Das nachfolgende Produkt ist C4 Ultimate. Der Unterschied zwischen diesen zwei Boosters ist der grössere Vitamin C und Koffein-Gehalt im Ultimate. Was macht das? Sei es jetzt ein Fitness-Training oder allgemein Sportaktivität. Es pusht dich ein bisschen mehr. Es macht dich ein bisschen mehr fokussierter fürs Training. Was hat es ganz genau gemacht, als ich es eingenommen habe? Ich habe ein bisschen kältere Finger bekommen, ein Kribbel im Nacken. Ich bin auch allgemein wirklich auch fokussierter gewesen fürs Training. Sehr empfehlenswert, vor allem jetzt in der heutigen Zeit. Es wird schneller dunkel. Die Leute sind sehr schnell müde. Du musst weiterhin trainieren, probiere es mal mit einem Booster. Das hören wir sehr oft. Unter dem Video verlinken wir noch den Gucci-Code. Könnt ihr im Online-Store gebrauchen. Ich würde mich sehr freuen. Falls euch das Video gefallen hat über das C4, über den Booster, gebt mir doch einen Daumen hoch. Besucht den Online-Store und somit wünsche ich euch ein schönes Tag. Tschau zusammen.